Haben Sie keine aktuelleren Fotos? Nein. Milch? Nein, danke. Auf dem Bild wirken Sie beide sehr vertraut, sehr innig. Na, nach dem Tod meines ersten Mannes standen wir ja buchstäblich alleine da. Natürlich hing Maike danach umso mehr an mir. Na ja, Kinder können in solchen Lebenssituationen auch eine Stütze sein. Royalität ist das Letzte, was ich von meiner Tochter erwarten könnte. Besonders nicht nach meiner Ehe mit Hans-Joachim. Inwiefern? Mein Mann hat sich jede erdenkliche Mühe gegeben mit dem Kind. Bei allem Respekt, Frau Gräfens, ja. Aber Ihre Tochter wird seit Montag, Mittag dieser Woche vermisst. Wir haben jeden Grund anzunehmen, dass hier was passiert ist. Dramatische Auftritte sind nun mal Maikes besondere Stärke. Das hat sie von ihrem Vater. Gerade jetzt, wo mein Mann in den Vorstand der Coratabank AG gewählt werden soll. Sie können mit großer Wahrscheinlichkeit davon... Hey guys, you hold the certificate in your hand, and you put the hat on. Bad ... ... Bis zum nächsten Mal.